Okay, Baby, da wären wir. Ich muss den Scheiß jetzt mal in den Regeln gehen. Okay, Baby, ich muss den Scheiß jetzt mal in den Regeln. Ja, regeln das schon. Warte, warte. Danke. Später gibt es einen Nachschlag. Ich habe uns Shampoos besorgt. Boah, ich glaube es ja nicht. Jetzt hast du schon wieder eine Blöde gefunden. Zum Glück ist nicht jeder so verklemmt wie du. Nur kein Falsch allein. Dir wird dein blödes Gelaber heute noch vergehen. Du kommst mit der Sache eh nicht durch. Du kommst mit der ganzen Nummer nicht durch, sage ich dir. Oh Mann, boah, hast du das gerade mitgekriegt? Ja, ja, ja. Ich glaube, der tippt nicht mehr richtig. Der kriegt doch heute noch seine gerechte Strafe. Ja, das kriegt er aber wirklich. Aber jetzt siehst du, dass uns keiner zusammensieht. Was nicht, dass uns noch mehr sieht. Tschüss. Timo Rüttger ist geboren 27. Mai 1983 in Lüneburg, Wohnhaft in Erlsheim, ledig Kfz-Mechaniker. Das ist richtig. Kfz habe ich gelernt, aber jetzt bin ich auf dem Weg in den Einzelhandel. Aber in der Werkstatt fahrt ja nur Idioten um mich rum. Vielleicht kann man das direkt mal klären. Beleidigung bitte nicht hier in diesem Sitzungssaal. Gut. Als der Angeklagte am 15. Juli 2009 um 21 Uhr das Sonnenstudio Happy Race in Erlsheim aufsuchte, erfuhr er in einem Gespräch mit der dortigen Angestellten Marion Witten, dass sie an diesem Tag bereits 2500 Euro eingenommen hätte. Da sich der Angeklagte in einem finanziellen Engpass befand, gab er nach seinem 20-minütigen Sonnenbad vor, Kopfschmerzen zu haben und bat Marion Witten um eine Schmerztablette. Als die junge Frau daraufhin in den Nebenraum ging, entwendete der Angeklagte aus der offenstehenden Kasse die 2500 Euro und flüchtete. Er konnte jedoch kurz darauf von der Polizei gestellt werden, die auch das Geld im Kofferraum seines Wagens fand. Der Angeklagte wird somit des Diebstahls beschuldigt, strafbar gemäß § 242.1 StGB. Herr Rüttgers, die Anklage haben Sie gehört? Wollen Sie sich dazu äußern? Ja, gerne. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie ich so weit kommen konnte, dass ich hier sitze. Wir verschwenden hier meine kostbare Zeit und Ihre Zeit sicherlich auch und wir haben auch beide Besseres zu tun, oder was? Wollen Sie sich zum Sachverhalt äußern? Sie meinen, ob ich die Kohle im Studio geklaut habe? Genau das möchten wir von Ihnen wissen, Herr Rüttgers. Das kann ich Ihnen gerne sagen. Das ist nämlich ganz einfach. Ich habe keine Kohle an dem Tag aus irgendeinem Sonnenstudio geklaut. Und wissen Sie auch, warum nicht? Weil ich gar nicht da war. Ich war zu Hause. Mit einem Date von mir, Viviane. Habe ich vorher die Kleine in der Bar aufgerissen und dann haben wir uns das beim Onkel zu Hause mal so ein bisschen schick gemütlich gemacht. Das wird Frau Viviane Goldmann gleich auch noch bestätigen. Darauf würde ich mich nicht verlassen, Herr Vorländer. Platz 22 der Akte, Sie wissen das ganz genau. Viviane Goldmann war sich bei ihrer polizeilichen Vernehmung eben gerade nicht 100% sicher, ob sie zur Tatzeit, also um kurz vor halb 10, noch beim Angeklagten zu Hause war oder nicht. Die wird sich gleich sicher sein. Keine Sorge. Marion Witten hat an dem Abend in einem Sonnenstudio gearbeitet und sie hat bei der Polizei gesagt, also sie ist sich ganz sicher, dass Sie um kurz vor halb 10 mit dem gestohlenen Geld aus dem Sonnenstudio ausgeflüchtet sind. Wie erklären Sie sich das? Die Lügen. Das ist doch ganz einfach. Warum sollte sie denn lügen? Herr Richter, gucken Sie mich mal an. Ich sehe halt verdammt geil aus und bin dazu noch richtig gut bestückt. Und wenn ich die Frauen, die Hühner fallen lasse, wie eine heiße Kartoffel, dann verträgt die eine oder andere das nicht. Und dann spinnen die manchmal so eine kleine Intrigen, wie jetzt die Marion auch. Also was mein Mandant damit sagen will, ist, dass Marion Witten sich an ihm rächen will, weil er die Beziehung zu ihr beendet hat. Schön, dass Sie sich ersetzt haben. Ganz genau, deshalb sitzen uns jetzt hier alle den Po rot oder was. Na gut, also ich bin davon überzeugt, dass Marion Witten die Wahrheit sagt und nicht Sie, egal wie Sie es hier vortragen. Da sind Sie auch der Einzige, lieber Herr Staatsanwalt. Dann werden Sie gleich reinkommen, denn dann werden Sie sehen, dass die Gute zweimal so schnell redet, wie sie überhaupt denkt. Und dann wissen wir, woran wir sind. Ganz ehrlich, Ihr Selbstbewusstsein fasziniert mich schon, nur es interessiert mich nicht bei der Beweislage. Herr Staatsanwalt, wir sprechen noch eine Sprache, oder? Deshalb vielleicht auch nochmal für Sie zu mitschreiben. Ich war es nicht. Holen Sie die Kleine rein, befragen Sie, dann werden Sie sehen, dass sie nur Scheiße erzählt. Also nur, dass wir uns gleich mal richtig verstehen. Sie geben hier nicht den Ton an und Sie bestimmt auch nicht, wann irgendwelche Zeugen reingeholt werden. Herr Vorsitzender, ich möchte mich für diese etwas ungestüme, unflätige Art meines Mandanten entschuldigen. Aber er ist auch einfach sauer, weil er sich von den Frauen vorgeführt und unschuldig belastet fühlt. Ich bin überzeugt davon, dass er Opfer einer Intrige geworden ist. Ganz genau, die wollen mir einen Karren pissen, weil die genau wissen, wie Scheiße das wäre, wenn ich hier vorbestraft wäre. Schön wäre es, wenn wir uns auf einem ganz anderen Niveau unterhalten könnten, zumindest was die Ausdürke betrifft, oder? Ja, ich sitze unschuldig. Er ist natürlich auch besonders sauer, weil er sich vor dem Vorfall in den Solarium als Abteilungsleiter in einem Einzelhandelsunternehmen beworben hat. Und er hätte diese Stelle auch bekommen, wenn dieses Strafverfahren hier nicht dazwischen gekommen wäre. Ganz genau, das ist eine ganz einfache, billige Rache von diesen intriganten, schlechten Weibern. Also jetzt bitte andere Ausdürke. Ja, sorry, dass ich mich hier so aufrege, aber ich meine, da haben die sich geschnitten, damit kommen sie nicht durch. Und dann müssen Sie mich hier auch freisprechen. Das wird sich zeigen. Ja. Gut, zunächst mal Fragen noch. Keine Fragen. Nein, danke schön. Das klären wir im Rahmen der Beweisaufnahme. Setz dich mal da rüber, wir hätten die Beweisaufnahme. Bayern Witten, bitte. Herr Rutgers, jetzt wird es weiter. Das war nicht, das war uns nicht ein bisschen zu sagen. Hallo. 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 Dann bitte nach vorne, nehmen Sie bitte hier Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Vorsorge, ich belege Sie schon mal 55 StPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belassen können. Mache, ich wiederhole nochmal ganz kurz, die Wahrheit. Weißt du, was das heißt? Timo, ich bin nicht dumm und höre nicht auf damit. Du Vollidiot. Also, Rutgers, Sie reden bitte nicht dazwischen. Danke. Wollte nochmal sicher gehen, dass das jetzt auch hier was an wurde. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie das alles schon verstanden haben, als ich es ihr gesagt habe. Okay. Vielen Dank. Gut. Sie heißen Marion Witten, 20 Jahre alt. Sie wohnen in Elsheim. Sie sind ledig. Sie sind Aushilfsjobberin im Sonnenstudio. Verwandt, verschwägert, verlobt mit dem Angeklagten. Gott sei Dank nicht, aber ich war mit dem Vollidioten leider mal zusammen. So. Du bist ja immer noch nicht drüber weg, dass ich dich abgelegt habe, Puppe. Oh, Timo, jetzt hören Sie nicht auf. Einmeldung ist auch eine Bildung, du Vollidiot, du Blöder. Also, jetzt passen Sie mal auf. Entschuldigen Sie bitte kurz. Ich würde dich nicht einmal mehr nehmen, wenn du der Tollste, der der letzte Mann aus der Welt wäre. Nur dann entschuldige ich jetzt gar nicht mehr. Das waren schon mal zwei Beleidigungen. Entschuldigung. Im ersten Satz. Ich würde die nicht hören. Ist klar, aber ich entnehme dem Ganzen, dass ihr Verhältnis nicht das Beste ist. Kann man so sagen? Ja, also das ist so, weil wir hatten so ein bisschen Streit, als wir uns getrennt haben. Aber der Monsieur, der musste ja trotzdem noch zu mir ins Happy Race kommen. Wie man sieht, kommt er auch tagtäglich, weil er die Rabattkarte dafür hat. Aber sieht doch geil aus, oder was? Ach, Timo, wenn du im Wettbewerb der Brathähnchen gewinnen willst, dann ja. Ich weiß gar nicht, was du dich jetzt so beschwerst. Ich meine, ein paar Monate zurück, da kamst du noch angebrochen und sagst, Mensch, Timo, du hast so einen geilen Body und konntest gar nicht aufhören, mich anzuhalten. Also, jetzt lassen wir doch mal Ihren Körper beseitigen. Aber echt. Wir bleiben mal bei Ihnen. Ich möchte von Ihnen was über den Abend des 15. Juli wissen. Da haben Sie gearbeitet im Sonnenstudio. Genau. Also, so um 9 Uhr kam dann der Timo eben rein und hat mal wieder für Kabine 12 eingecheckt. Das ist die Stärkste. Ach, das ist doch scheiße. An dem Abend war ich nicht im Studio. Das weißt du, das weiß ich. Ich war zu Hause. Ich hatte Besseres zu tun. Ich war gerade dabei, hier, die Viviane so ein bisschen zu hühnern. Also, Sie sagen, er war da. Wann kam er? So gegen 9. Und? Wie war er denn so da? Dann kam er eben so gegen 9 rein und dann war er irgendwie voll sauer und hat irgendwas geredet von wegen, ja, die blöde Tussi, irgendeine Vivian oder so. Was? Soll ihn irgendwie stehen gelassen haben. Ja, eben, das hast du gesagt. Na ja, und so blöd, wie ich natürlich war und so naiv, wie ich war, wollte ich ihn halt ein bisschen ablenken und hab mir halt gedacht, erzähl ich ihm halt, dass ich heute 2500 Euro gemacht hab, weil die Kasse halt so vor mir war. Ja, und dann hab ich ihm eben erzählt. Warum war denn überhaupt so viel Geld in der Kasse? Ach so, ja, weil da haben Gruppenleute, also ganz viele Gruppenkarten gekauft. Ach, das ist doch absolut lächerlich hier alles. Und das haben sie ihm erzählt? Ja. Und dann? Ja, eben, und dann ist er eben eingecheckt in Kabine 12, ja, und dann hat er sich gesonnt. Na gut, also wie lang war er unter dem Sonar? Ach so, 20 Minuten. Und während dieses Aufenthalts unter der künstlichen Sonne, Herr Rüttger, da ist an Ihre Haut gereift und in Ihnen die Idee, sich anschließend der 2500 Euro zu... Mann, ich hab eben schon gesagt, ich war nicht da. Ja, jetzt hab ich nämlich schon ein kleines Problem. Obwohl Sie nicht da gewesen sein wollen, wurde dieses Gesichtstuch mit Ihren DNA-Spuren drauf von der Polizei noch an dem Abend im Mülleimer der Kabine 12 gefunden. Können Sie mir das erklären? Gut, ich scheine gar nicht ab, dass ich in der Kabine 12 war, aber am Abend zuvor kein Wunder, dass in dem Saftladen jeden Abend der Müll weggeräumt wird. Ja, Timo, das kann auch nicht sein, weil ich muss jeden Abend die Kabinen säubern und die Mülleimer entleeren. Also kann es nur deswegen den Mülleimer gewesen sein, weil Sie es in Kabine 12 zurückgelassen haben, Herr Rüttger. Ganz genau. Nochmal, ich weiß nicht. Also jetzt mal nochmal einfach chronologisch. Sie haben gesagt, er hat die Kabine 12 besucht und dann? Ja, und dann kam er eben wieder, dann war er fertig mit seinem schönen Sonnenbad und dann kam er eben raus und dann hat er erzählt, ja, ich hab so Kopfschmerzen und dann hab ich mir gedacht, ja, geb ich ihm eine Kopfschmerztablette. Naja, und mal wieder war ich wieder richtig doof und hab die Kasse offengelassen. Dann bin ich nach hinten gegangen. Ja, und so schnell war ich wieder zurück. Dann war er, dann hab ich bloß gesehen, wie die Kasse offen war und hab ihn weglaufen gesehen. Mit dem Geld in der Hand. Hör doch auf zu klatschen. 1A einstudiert, Marion. Hut ab, hätt ich dir gar nicht so getraut. Du spinnst wohl, also du hast doch echt voll den Knall. Das ist nicht einstudiert, das ist die pure Wahrheit. Du warst da. Das war die letzte Beleidigung, die ich Ihnen da aufgeben lasse. Aber ich hasse ihn. Ja, das ist mir schon klar. Das tut mir leid. Wie ging es dann weiter? Genau, und dann war ich eben auch voll geschockt. Dann hab ich bloß schnell meine Tasche gepackt und hab sie ihm einfach ganz schnell hingeworfen und hab sein Gesicht getroffen. Der Angeklagte ist also von Ihnen weggelaufen? Ja. Wenn Sie die Tasche nach ihm geworfen haben, wie kann die denn dann eigentlich in seinem Gesicht gelandet sein? Die hätte ihn dann eher am Hinterkopf treffen müssen, oder? Also die hat ihn halt so im Gesicht getroffen. Vielleicht so ein bisschen seitlich. Ich weiß es nicht mehr. Das war halt alles ein bisschen hektisch und heftig für mich. Aha. Ist ja nicht so absurd, die Idee. Vielleicht wollte Ihr Mandant ja auch nur schauen, vor wem er eigentlich da wegrennt. Aber schauen Sie mal. Dieses blaue Auge, von dem Sie gesprochen haben, sieht man hier sehr schön. Dieses Pfeilchen hat er sich wohl kurz vorher zugezogen. Bei der Festnahme wurden dann diese Fotos mit dem Pfeilchen von Ihnen gefertigt. Nein, das Pfeilchen ist bei mir zu Hause entstanden, mit meinem Date. Die hat mir versehentlich mit dem Ellenbogen einen verpasst. Meine Herren, kommt doch mal schon mal hervor. Bitte, das müssen wir mal genau erklären. Aus Versehen, wie soll sowas von aus Versehen? Ja, ich meine, guck mal nicht an, ich bin doch ein Gentleman. Ich helfe den Damen in die Jacke und beim Reinstecken des Arms in die Jacke ist sie weggerutscht und hat mir eine verpasst. Mit dem Ellenbogen ausgerutscht, Ihnen eine verpasst. Eine bessere Ausrede, Sie sind doch sonst nicht im Mund tot. Fällt Ihnen nicht ein, oder was? Nein, verdammt, das ist keine Ausrede. Also, jetzt mal, bitteschön, mit Ihrem Taschenwurf, konnten Sie da den Täter aufhalten? Eben, leider nicht, also er ist einfach weggelaufen. Ich konnte auch nichts machen. Sie sind nicht hinterhergelaufen? Doch, ich wollte ja, aber ich kann ja den Laden nicht alleine lassen, weil da würde ich ja von meinem Chef auch Ärger kriegen. Ja, ich habe halt dann gleich die Polizei gerufen. Ja, also Ihr Anruf bei der Polizei ist um 21.29 Uhr eingegangen. So, Marion, ganz ehrlich, jetzt ist Schluss mit Lustig. Jetzt ist der Spaß vorbei. Ähm, es ist kein Spaß, du weißt es selber. Ach, komm, hör auf, Marion, wir wissen beide, dass ich nicht da war. Ich habe nichts Schlimmes gemacht. Ach, du warst da, ich bin doch nicht blöd. Also, meinen Sie wirklich, mein Mandant hätte sich, wenn er wirklich der Täter wäre, so unbeholfen angestellt? Er hätte doch vielmehr dafür gesorgt, dass Sie keine Verbindung zwischen diesem Diebstahl und ihm herstellen können. Der hat eh nichts im Kopf, der checkt eh nicht, was er macht. Das kann ich nicht abschließend beurteilen, aber er würde es zumindest in dem Moment nicht so weit gedacht haben. Er würde nur gedacht haben, oh, Geld haben wollen, das nehme ich jetzt. Also, und die Polizei hat noch an dem Tatabend im Kofferraum Ihres Autos, das in der Tiefgarage Ihres Hauses geparkt war, diese 2500 Euro Bargeld sichergestellt. Haben Sie da für eine Erklärung? Keine Ahnung, kein Plan, wie das Zeug in mein Auto kommt. Muss irgendjemand da reingeparkt haben. Ich meine, meine Karre steht in der Tiefgarage, die ist immer offen, da kann er sich da rein und meinen Schlitten schließe ich auch nicht immer ab, denkt man halt nicht immer dran. Und das weißt du auch, dass das Ding nicht immer abgeschlossen ist. Und was willst du jetzt damit sagen? Was mein Mandant damit sagen will, ist, dass diese ganze Geschichte nach einer ziemlich dicken Intrige riecht. Welche Intrige denn? Entschuldigung bitte, er ist mir wirklich egal. Sie haben doch ein persönliches Interesse daran, den Ruf meines Mandanten zu schädigen. Also es ist mir ehrlich gesagt wirklich scheiß, Entschuldigung, jetzt sage ich schon wieder, scheißegal, was er tut in seinem Leben, weil mit uns ist es eh schon lange vorbei. Ja, tu doch nicht so. Du hängst doch immer noch an mir, Mann. Ja, bestimmt nicht. Du, ich bin erst 20 Jahre alt und ich werde noch viele tolle Männer in meinem Leben treffen und du warst für mich kein Untergang, sondern eine Lehre, eine sehr große Lehre sogar. Ist es richtig, dass Sie für meinen Mandanten Ihre Beziehung zu Ihrem damaligen Freund aufgegeben haben, mit dem Sie über drei Jahre zusammen waren? Ich weiß nicht, ob ich mit Ihnen jetzt darüber reden muss. Ja, müssen Sie schon. Also stimmt das? Ja, also nein, eigentlich nicht. Also ich hätte mich eh von meinem Freund getrennt, weil es hat eh nicht mehr so geklappt und ja, Timo hatte eigentlich gar nichts damit zu tun. Ihr Ex-Freund, der hat mir da aber eine ganz andere Geschichte erzählt. Der hat mir erzählt, dass Ihre Beziehung eigentlich gut war, bis zu dem Tag, als dann Ihnen mein Mandant die große Liebe vorgespielt hat. Sie haben Ihnen das geglaubt. Sie haben daran geglaubt, dass das zwischen Ihnen beiden was werden könnte, ne? Und dann haben Sie sich getrennt. Für ihn. Mhm. Und dann haben Sie eines Tages ein Telefonat meines Mandanten mit seinem besten Freund Falk Sprenger belauscht. Und da hatte mein Mandant gerade seinem besten Freund Folgendes erzählt. Tut mir leid, dass ich das jetzt hier auch im Gerichtssaal berichten muss. Er hat gesagt, dass Ihre Brüste der einzige Grund seien, warum er noch mit Ihnen zusammen sei. Und das alles, das haben Sie Ihrem Ex-Freund erzählt, als Sie sich da bei ihm ausgeholt haben. Ja, der Spruch, das war ja auch das Härteste, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also ab da habe ich eh erst gecheckt, dass Timo eh, also mit dem kann man ja gar nichts anfangen. Und da habe ich gemerkt, dass er einfach eine Null ist. Meine Herren, ich weiß gar nicht, was du machst. Andere Weiber würden die Roma dann überschärbeln, um solche Böller zu haben wie du. Du bist so ein Vollpfosten, mein Gott, dass ich wegen dir alles aufgegeben habe. So, und es reicht jetzt mal wirklich. So viel Anstand könnte ich zumindest von Ihnen erwarten. Ihre Beziehung hatten Sie aufgegeben. Sie waren wütend, verletzt, enttäuscht. Sie fühlten sich von meinem Mandanten, ums Legier auszudrücken, verarscht. Sie wollten Rache. Ich bin überzeugt, dass Sie es waren. Dass Sie das Tuch mit den DNA-Spuren meines Mandanten da in den Mülleimer geworfen haben und dafür gesorgt haben, dass das gestohlene Geld in seinem Kofferraum landet. Ganz genau. Ich kann es gar nicht gewesen sein. Ich war im Solarium. Ja, das ist eben einfach richtig. Sie reden ja die ganze Zeit über das Motiv hervolle. Eine ganz sachliche, einfache Frage mal an Sie oder an Ihren Mandanten. Sie war die ganze Zeit im Solarium. Als die Polizei kam, ist die Zeugin auch noch im Solarium geblieben. Wie hat sie dann diesen Batzen Geld in Ihren Kofferraum gebracht? Das ist eine ganz interessante Frage, denke ich. Mann, wir können auf den ganzen Stoß, den ihr erzählt, nichts geben. Das müssen wir doch langsam auch mit dem Programm herstellen. Eine Antwort hätte ich gerne. Geht das? Ja, hol sie die Viviane rein, dann würde ich Ihnen schon sagen, Sie kriegen es nicht hin, ne? Ich hoffe, das klappt nicht. Ist dran. Also, ich habe nicht gelogen. Jetzt sind wir bei der Zeugin erst mal. Gibt es an die Frau Wittenfrau. Keine Fragen. Nein, und wohl auch keine Antwort. Danke schön. Danke, Sie bleiben. Danke. Und vereidigt, nehmen da hinten Platz. Viviane Goldmann, bitte. Wie vom Haus, komm schnell nach vorne, jetzt nicht da hin und erzähl Ihnen das soll ich mal ein paar Minuten. Er wird, dass Sie halten, jetzt nicht mal einfach. Sie nehmen bitte Platz. Frau Goldmann, als Zeugin müssen Sie die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Ja? Sie heißen Viviane Goldmann, 24 Jahre alt, Sie wohnen in Erlsheim, Sie sind ledig, Studentin des Kommunikationsdesigns, verwandt oder verschwärmt beim Angeklagten? Nein, also ich kenne ihn nicht, außer von dem einen Abend, und sonst habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Und um diesen Abend geht es heute. Das war der Abend des 15. Juli 2009, der Angeklagte soll an dem Abend aus der Kasse des Sonnenstudios Happy Rays 2500 Euro gestohlen werden. Ja. Waren Sie an dem Abend des 15. Juli mit dem Angeklagten zusammen? Ja, also es war schon ein ziemlich komischer Tag, weil ich bin am späten Nachmittag halt nach der Arbeit in der Cocktailbar gegangen und da habe ich Timo da sitzen sehen und ihn angesprochen. Moment, 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 ich habe dich angesprochen. Ja, wie auch immer. Aber ich möchte jetzt nicht, dass Sie denken, ich mache sowas immer. Gut, ist ja nichts Verwerfliches, jemanden in der Cocktailbar anzusprechen. Ja gut, aber eigentlich mache ich das nicht, weil ich bin vergeben und habe einen Freund, aber wir haben im Moment ein bisschen Stress, weil er halt eins mit anderen Frauen rummacht und an dem Abend habe ich mir halt gedacht, ich mache ihn mal eifersüchtig und reiße mir halt auch jemanden auf und dann bin ich halt mit Timo ins Gespräch gekommen. Du meinst, hast du mir auch einen richtig geilen Fang gemacht, um deinen Manger eifersüchtig zu machen. Du bist so ein Volltrottel. So, Sie halten sich jetzt beide zurück. Ihnen habe ich es zigmal gesagt, Ihnen habe ich es auch schon zu oft gesagt, Frau Wittgen. Sie halten sich auch zurück. Auch wenn Sie ein überdimensioniertes Ego haben, ich möchte jetzt mit der Zeugin sprechen über den Tatabend. Haben Sie mich da verstanden? Ja, tut mir leid. Und Sie sagen doch die ganze Zeit, reden Sie endlich mit der Zeugin, dann kommt meine Unschuld raus. Lassen Sie mich doch mal, oder? Also, wie lange sind Sie da in der Bar geblieben? Ja, also ich weiß nicht so genau, aber ich schätze mal bis um acht, weil wir haben so zwei, drei Cocktails getrunken und ich war schon ziemlich bespipst, weil ich habe an dem Tag halt nichts gegessen. Naja, und dann hat mich Timo halt gefragt, ob wir nochmal zu ihm gehen wollen. Naja, und dann sind wir halt in seiner Wohnung gelandet. Das ist eine typische Masche. Um wie viel Uhr waren das? Ja, ich schätze mal so, das war so ein Viertel nach acht. Ja, und ich habe mich halt so hin und her gerissen gefühlt, weil ich wollte ja eigentlich nicht so weit gehen, also ich meine, mit dem Fremdgehen. Aber der Timo, der ist halt auch sehr charmant gewesen und er weiß halt auch, was Frauen hören wollen. Hatte irgendwas an dem Abend über ein Solarium erwähnt oder dass er da noch hingehen wollte? Nein, das nicht. Also wir haben nur ein bisschen was getrunken und ein bisschen geredet, aber von dem Solarium nicht. Ja, dann klingelte irgendwann das Telefon. Ja genau, das Telefon hat geklingelt. Seins oder ihres? Nein, seins. Seins. Ja, nein, Festnetz hat geklingelt. Einmal, genau, ich bin ran, aber war schon keiner mehr dran. Und dann komme ich zurück und dann bist du auf einmal wie ausgewechselt. Ja, ich weiß. Also ich war dann sehr schnell angebunden auch, weil ich bin dann aus diesem Traum aufgewacht, was ich eigentlich mache und dass ich eigentlich den größten Fehler meines Lebens begehe. Und dann habe ich halt meine Klamotten gepackt und mich angezogen. Ja genau, und dabei habe ich dir geholfen und dann bist du halt beim Schwung in die Jacke, hast du mir ordentlich einen mitgegeben. Und was? Ja, deshalb hatte ich doch das blaue Auge, das Pfeilchen. Nein, ich habe dich nicht geschlagen. Auch nicht aus Versehen? Nein, da hätte ich mich da dran erinnert. Nein. Ja gut, ich meine, das hier hättest du uns auch vielleicht bei der Polizei schon erwähnt, ne? Hat sie aber nicht, weil der Polizei hat es genauso gesagt wie auch hier. Und deswegen glaube ich der Zeug in. Ich meine, das kann doch nicht wahr sein. Du musst dich doch nicht daran erinnern, dass du mir eine verpasst hast. Timo, ich bin mir sehr sicher, dass ich dir keine verpasst habe. Mann, dann hast du es halt vergessen. Dann hast du es halt vergessen, weil du betrunken warst. Nein, ich war zu dem Zeitpunkt nicht betrunken. Ich bin mir hundertprozentig sicher darüber, was ich gemacht habe. Das kann nicht sein. Wann haben sie denn dann die Wohnung des Angeklagten verlassen? Ja, das müsste so, bei der Polizei konnte ich das nicht genau sagen. Da habe ich zwischen 21 und 22 Uhr gesagt. Ich meine, was eierst du denn jetzt so rum? Du warst bis 22 Uhr bei mir, definitiv. Nein, 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 Herr Wittgerst, Sie hören jetzt mal auf. Sie setzen jetzt eigentlich unter Druck. Ja, aber Sie reden überhaupt nicht dazwischen. Ja Mann, ich kann in diesem Studio nicht gewesen sein, um halb zehn. Ich war es nicht. Also ich bin mir total hundertprozentig sicher, dass es um zehn vor neun war, abends, wo ich die Wohnung verlassen habe. Zehn vor neun? Ja. Wieso wissen Sie das so genau jetzt im Gegensatz zur Aussage bei der Vollzeit? Ja, also das ist deswegen, weil ich bin von ihm, also von seiner Wohnung bis zu mir, nach Hause sind es circa zehn Minuten Fußweg. Und an dem Abend, wo ich dann nach Hause gegangen bin, ist mein Nachbar auch mit dem Auto weggefahren. Und normal, wenn der abends um diese Uhrzeit mit dem Auto wegfährt, geht er zur Arbeit in der Fabrik, zur Spätschicht. Und warum haben Sie es nicht schon bei der Polizei gesagt? Ja, weil ich letzte Woche meinen Nachbarn gesehen habe und da habe ich gesehen, wo er abends wieder an die Arbeit gefahren hat. Und da habe ich ihn natürlich darauf angesprochen, ob er an dem Abend auch Spätschicht hatte und das hatte er. Also jetzt nochmal, das heißt, Sie sind sich jetzt ganz sicher, dass Sie an dem Tatabend die Wohnung des Angeklagten spätestens um zehn vor neun, also zehn vor 21 Uhr verlassen haben? Ja, ich bin mir hundertprozentig sicher und es tut mir auch leid, dass mir das nicht früher eingefallen ist. Damit ist Ihr Alibi geplatzt, ne, Herr Rüttgas? Wenn Sie wirklich um diese Zeit gegangen ist, ja, dann haben Sie genug Zeit, diesen kurzen Weg von fünf Minuten zum Solarium zu gehen, sich 20 Minuten der Sonne hinzugeben, um dann anschließend die 200.000 Euro zu stehlen. Nein, Mann, Viviane lügt! Wieso sollte die Zeugenden lügen? Doch, was weiß ich, keine Ahnung, warum die lügt. Ja, das ist aber auch keine gute Antwort. Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum sie lügen sollte. Oder ist sie auch eine Ihrer Verflossenen? Die Grund hätte sich an Ihnen zu rächen, Herr Rüttgas. Ich habe gerade mitgekriegt, Herr Staatsanwalt, dass ich Sie erst an dem Abend kennengelernt habe. Ja, dann sagen Sie mir, warum. Aber nicht einfach sagen, sie lügt. Mit so einer Behauptung kann ich nichts anfangen. Und ich glaube, keiner hier. Also, ich bin mir hundertprozentig sicher, ich lüge nicht und ich kenne ihn auch nur von dem einen Abend. Und sonst habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Und ich bin mir mit den Zeiten auch hundertprozentig sicher, wann ich seine Wohnung verlassen habe. Auch weil ich da auf meinem Nachbar halt nochmal gefragt habe und er das auch bestätigen konnte. Also, Frau Goldmann, für mich ergibt sich hier langsam ein ganz anderes Bild. Ich habe ja vorhin schon die Vermutung in den Raum gestellt, dass gegen meinen Mandanten hier eine Intrige gesponnen wird. Eine Intrige, an der offenbar mehr als eine Person beteiligt ist. Ich bin der Überzeugung, dass Sie und die junge Dame da hinten, Marion Witten, sich kennen. Aber ich kenne Sie noch nie gesehen. Sie beide haben doch ganz genau das miteinander geplant, meinen Mandanten hier in Misskredit zu bringen. Also, ich kenne sie noch nie gesehen. Also, ich kenne die Frau nicht und was bringt es mir denn, wenn ich ihn irgendwas anhänge oder ihm irgendwas tue? Er hat mir doch nichts getan. Eben, und bei mir ist es genau dasselbe. Ihre ganze Nummer hier mit den angeblich vergessenen Zeiten, das haben Sie doch gerade nur gebracht, um Ihre Glaubwürdigkeit dann noch zu unterstreichen. Aber Sie haben doch von Anfang an geplant, hier mit einer Falschaussage meinen Mandanten in Schwierigkeiten zu bringen. Und Sie genauso. Mann, Mädels, checkt es mal. Es geht hier für mich wirklich um alles. Wenn ich hier verknackt werde, kann ich das mit dem Job vergessen. Jetzt rückt endlich mit der Wahrheit raus. Ja, Timo, sorry, aber ich sag die Wahrheit. Mann, Christian, das ist nicht die Wahrheit. Du warst bis 22 Jahre bei mir. Was soll ich denn machen? Noch weitere Fragen? Keine, vielen Dank. Sie bleiben unvereidigt. Falk Sprenger, bitte.